Also als deutsche Staatsbürger, also wir sind wirklich blind, wir wissen nicht, was vorgeht, wir wissen nicht, wo sie sind, wir wissen nicht, in welchem Zustand sie sind. Und es ist total wichtig, dass wir wenigstens erfahren, ob sie leben, ob sie gesund sind, ob sie Medizin bekommen. Also mindestens die Mindestinformation wäre schon die höchste Priorität. Mein Name ist Yoni Ascher. Ich bin ein Vater, der die ganze Familie getrennt wurde. Meine Frau und zwei junge Mädchen, Raz, weniger als 5 Jahre alt, Aviv, weniger als 3 Jahre alt. Ich habe meine Familie auf einem Video, recognizing sie, Kidnapping. Meine Frau und zwei Kinder. Meine Frau Doran hat eine Germanwohnheit, mit meiner Mutter, meine Mutter-in-Lose, die auch wurde Kidnappt. Es gibt drei Generationen, die in diesem Video getrennt wurden. Juste schauen, diese zwei junge Mädchen von mir. Meine ganze Familie wurde Kidnappt. Ich habe keine anderen Babys, ich habe nur eine Frau. Das ist meine ganze Familie. Und sie wurden von mir getrennt. stacking Chemie von mir geht es nach Hause zu kommen. Ich habe nur eine Frau. ... ...